Was geht YouTube? Herzlich Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Falls ihr noch nicht den Abo-Button gefunden habt, den könnt ihr jetzt einmal drücken und dann seid ihr Teil von Druxo. Ich habe gesehen, 98% haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Macht das auf jeden Fall. Wir sind heute hier im Bausimulator angekommen, zusammen mit dem Grey Lightning. Einen wunderschönen guten Tag. Nicht wundern, ich habe Gravel falsch geschrieben. Wenn ihr das in den Kommentaren schreibt, habt ihr recht. Ich würde sagen, ich hole mal direkt den ersten Job an Land. Ja genau. Aufträge. Was haben wir denn hier? Ich setze mich mal hier rein. Einen Stapler. Komm. Ein bisschen rumdüsen. Teichanlage. Wo haben wir noch die Teichanlage? Komm. Kann ich jetzt ja das Auto anheben. Na geht nicht. Och komm. Ist doch Quatsch. So, ich habe kein fahrbares Auto da gerade. Wo müssen wir denn hin? Ah, hast du markiert. Ich fahr mich da rein. Ja, warte. Ne, ne, ne. Moment mal ganz kurz. Äh, Firma, Fuhrpark, was haben wir denn hier alles? Ja, genau. Hol mal Auto. Okay, bin sofort da. Du rutsch mich ab? Äh, ich versuch's, ja. Oh Gott. Ich glaube, ich habe hier keinen Rückspiegel. Das ist doch von Quatsch. Na ja, gut. Naja, fast. Oh Gott. Das war ganz knapp. Ja, jetzt holen wir erstmal Grail Light lang ab und dann geht los. Geht richtig. Oh Gott. Ich muss erstmal... Oh mein Gott. Oh, nicht kippen. Das ist nicht die falsche Seite gewesen. Nicht, nicht kippen. Oh Gott. Nein. Dabei fährt man rechts rum, nicht links rum, oder? Ich versuche gerade so schnell wie möglich zu dir zu gelangen. Ich kann aber gerade ausfahren, oder? Oh, da war... Ja, bestimmt. Ich kann... Ehh, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Scheiße. Das hier haben wir über das Firmengeländer ballern, oder was? Oder ich kann so fahren, das stimmt auch. Ja, jetzt haben wir schon Nacht, ey. Wie lange bist du schon unterwegs hier? Ja, ich brauche halt ein bisschen. Momentchen. Perfekt. Glückwunsch. Und ich warte und warte und warte. Ja, ich brauche halt ein bisschen mit dem Scheißelaster hier. Na komm, ich muss hier rüber. Komm dir entgegen. Oh Gott. Oh nee, oh nee, oh nee, oh Gott. Oh nee, oh nee. Huch. Vielleicht mal vielleicht kurz das Auto reparieren. Hey. Juhu, da komm der. Siehst du mich? Hey. Hey. Hau ab. Kannst du einsteigen? Ja. Ach, perfekt, okay. Kurz mal wenden in drei Zügen. Easy. Marsch. Jawohl. Oder, ach so, wir müssen das anliefern, ne? Dann war ich jetzt falsch. Ja, wir wenden gerade mal an der Einfahrt da. Ui. Müssen wir jetzt nur Ware liefern? Ist ja blödsinnig. Nee, du musst danach mit Sicherheit noch was machen. Warum fahre ich eigentlich? Ich bin Chef. Hey, komm jetzt außen. Ey, jetzt sitze ich ja gerade schon hier. Jetzt fahre ich ja gerade schon. Kommt wir denn alles auf den Lader hinten drauf? Ups. Nein. Ja, ja, ist klar. Ich bin festgepackt. Nein. Äh, warte mal. Ganz kurz. Nein, kein Foto. Warte mal du denn da. Ich komm hier nicht raus. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich steig mal aus. Vielleicht ist es ja dann leichter. Ich komm hier nicht raus. Ah, so. Ah. Hau rein. Ups. Ist nicht. Wie viel Schaden haben wir denn schon? Ja, bist du was? Ach so, ab und vor Schaden, ja. Können wir mal ganz kurz hier... ...apparieren? Was? Oh, wie aufwoll ich das denn drücken? Was? 700? 1100? Ach du Scheiße, ne. Da fahr ich kaputt lieber weiter. Hast du schon wieder schön 1800 Euro in den Wind geschossen. Das ist mein Lohn, ne? Ich dachte, wir haben das vereinbart, dass du erst mal keinen Lohn kriegst. Hallo? So, jetzt muss... Die Zahn- und Baumaschinen. Ach, ich hab die noch gemietet. Ach, nö. Ähm, so, warte mal ganz kurz. Dann verkauf die doch erst mal wieder. Die brauchen wir doch erst mal nicht. Na, super. Oh, wir hätten Stapler hier gebraucht, oder? Oder krieg ich den, sobald ich was kaufe? Was brauchen wir denn alles? Also, den Schütgut hab ich jetzt schon, ne? Was war das jetzt? Ein Palette Holz-Dielen, oder was? Ne. Äh, Palette Holz einfach nur, steht da. Okay, Palette Holz. Palette, Palette, Palette Holz. Palette Holz, da. Was noch? Ähm, und Palette... ...Beton-Bauteile. Ah, da. Okay, ich hab ihn. Okidoki, zur Kasse. Sechstausend. Hm. Ah, ich muss die freigeben, okay. Ähm... So, jetzt brauchen wir einen Stapler noch, ja. Ja, oder wir... Oder Kran, oder Kran. Bisschen rechts. Von dir aus links wahrscheinlich. Ja, runter. Ja, warte. Ja, ah, ja. Hallo, hoch. So. Ach du Scheiße. Das krieg ich noch nie im Leben alles hier drauf. Natürlich. So, next one. Ja, ich glaub, das mit der Tastatur zu spielen, ist, glaub ich, einfacher. Ähm... Ich wollte jetzt nicht so, ne? Ja, wär vielleicht auch nicht gegangen, wahrscheinlich, oder? Ja, doch, wahrscheinlich. Oh, ey, Kopf ab. Oh, warum dreht sich die Kamera so... ...Schwanz? Was soll das denn? Na, also, geht doch. Ah, der geborene Kranfahrer hier. Hallo. Ja, da kriegst du ja so drauf. Weiß ich nicht. Nicht die Klappe aufzuhaben, natürlich. Einsteigen, komm. Ähm... Eben nicht. Ich bekomm's nicht drauf. Doch, du musst... Doch, du musst dann runtergehen, oder? Nee, ich bekomm's nicht drauf. Du kannst doch jetzt... Genau. Ja, passt doch. Gott. So. Einsteigen. Ja, ich hab... ...bringender Auftrag. Alter. Alter. Ich wollte nur stehenbleiben eigentlich, aber egal. Ja, ist natürlich jetzt richtig kacke, dass das nur eine Person machen kann. Hier hin, Junge. Ja, bin doch dabei, Mensch. Guck mal hier, ey. So schnell das hier geht. Oh, Haus. Oh Gott. Ja, toll. Die waren kaputt. Egal, das ist mein Problem. Wenn sich die Kamera nicht so scheiße drehen würde. Ich bin ja der Stift hier. Ich muss ja... Ich muss ja dann kehren. Ja, Auftrag abgeschlossen. Toll. Bereich ausheben. Was? Ja, hol dir mal einen Bagger, komm. Wie? Du kannst mal gucken, ich hab da so einen kleinen Bagger. Einsteigen. Komm. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Vor allem wehe, ich... Wir müssen das jetzt aufladen auf unserem, äh, hier, hier, Dieter-Dingen. Echt jetzt? Der ganze Schutt? Ja, wehe. Ja, wehe. Oh. Äh? Wie? Ja, du bist über die rote Ampel gefahren. Danke, hast du mir 100 Euro abgezwackt. Oh. Ich hab die Ampel gar nicht gesehen. War deine. Ja, bestimmt. Ei, ei, ei. Wo ist er denn? Nach da hinten. Ja, ja. Ich komm hin, ich komm hin. Ey, ist er? Ja, ist er. Ja, ist er. Aber andersrum. Ja, ich muss dich einmal drehen, ne? Oh, ist das, ist das doof. Ich hab sie im Blick. So, wo, ja, wo... Du verlierst ja alles. Moment. Ich mach das nochmal neu. Ne, ey, das ist so scheiße mit der Bedienung hier, ne? Nornstück, nornstück. Ich krieg die Motten, du, ey. So, jetzt aber, komm. Ich... Ey, wieso geht der denn da drüber? Und buddeln. Und hoch. Ja, mach ich ja. Ich mach ja hoch. Jetzt verliere ich ja schon wieder alles. Äh... Äh... Ich hab... Ich hab... Ich hab zwölf Prozent drauf. Aber wo sollst du es ablegen? Ja, das ist... Das ist meine Frage. Einfach auf dem Weg da vorne. Scheißegal. Ey, einmal rüber. Echt jetzt? Ja, ja. Na, so weit komm ich nicht. Ja, okay. Ja, dann mach hier. Ey, das ist so kacke. Hast mir natürlich jetzt wieder die beste Aufgabe gegeben hier, ne? Nein, ich muss da rüber drehen. Ja, ist geil. Guck mal, wir haben mit 20 Prozent sogar schon. Äh, ich hab irgendeine Wasserleitung getroffen. Toll. Nee, sieht gut aus. Einfach buddeln. Der Rest ist nicht unser Problem. Ja, schön, die andere einfach zu stellen. Ich mach die... Ich mach die Sauerei nicht weg. Das kannst du glauben. Bringt nicht mehr so viel, ne? Nein. 43, 45. Ja, gut. Das geht jetzt noch. Und der Bereich ist hier vorne vielleicht noch grad mal so ein bisschen. Hier so. Ja, jetzt hast du gleich den Poller da rausgebuddelt. Oh, na, komm. Bleib doch drinnen, Junge. Immer die falsche Taste, ey. Ja, jetzt musst du ein bisschen weiter nach vorne, oder? Jetzt musst du ein bisschen weiter nach vorne, ja. Ja, ich muss erst mal gucken, wie ich hier wieder alles anklappe. Du kannst das sogar plattdrücken. Nee, du... Was tust du denn da? Was denn? Was hab ich jetzt gemacht? Du hast da... Du hast das plattgedrückt und dann wieder rausgeschaufelt. Ah, perfecto. Jetzt hab ich wieder eine blöde Ansicht. Jetzt komm ich mit der Steuerung wieder in den Parag, ne? Ach, komm schon. Das ist scheiße. Mit der Steuerung hier. Jetzt geht wieder besser. Schönes Löcherchen buddeln. Machen wir hier hinten noch das Stückchen hier. Und erst mal wieder hier. Der, der, der... Geht einfach nur da rüber. Haben wir doch gleich gepackt. 80% haben wir schon. Ja, wie gesagt, ich kehre hier nicht, ne? Ne, ne. Das können die machen. Gott. Ja, das ist gut. Ja, guck mal da. Das war gar nichts. Doch, ist doch drin. Ja, aber nicht viel. Dann mach hier noch ein Stückchen weg. Hallo. Ja, immer locker bleiben. Das waren 92. Ja, komm, dann müssen wir aber leicht fertig sein hier. Ja, wenn alles wieder zu kippst teilweise. Ja, machen wir vorne noch mal ein bisschen was. Ah, 94. Komm, wir nähern uns am Endspurt. Fahr mal hier die Ecke noch mal ein bisschen weiter nach vorne oder sowas. Nee, jetzt krebst du gleich Stein weg. Hast du den Weg weggebuddelt. Ja, einfach cool. Geh noch ein bisschen. Gibt das, gibt das was? Nein, ne? 1%. 1%. Alter, da musst du aber auch jetzt wirklich dann halt, äh... Also, den Rand muss ich wirklich wegmachen, ne? Überwiegend. Alter. Alter. Ja, 98%. Ja, okay. Nach hier nochmal. Ja. Ja. 100. Markiert der Bereich Räumen. Achso, du musstest mit dem Ding wegfahren. Werde ich tun, sobald ich weiß, wie ich hier wieder rauskomme. Soll ich winken? Ja, warte, ich muss erst mal hier wieder. Der ist okay. Müsste perfekt... Nein, noch nicht. Okay. Warum noch nicht? Ja, ist ja nicht schlimm. Du kannst jetzt eh einfahren, oder nicht? Trotzdem. Nee, zurück damit. Jetzt aber, ne? Ja. Ja, haben wir gemacht. Ja, schön. Ausstelle Räumen. Okay. Na, dann hau ab. Wo fahren wir hin? Ach, hier. Sprich mit dem, äh, Vorarbeiter. Ja, wer ist denn da? Wo ist ja dann der Vogel? Oh, das hab ich schön geworden. Haben wir schön gemacht. Ach, stimmt. Das war eine Teilchenanlage. Das haben wir aber schön gemacht. Alter. Ey, 28... Nee, 28.000 haben wir jetzt auf Tasche.